Zu jeder Braut gehört neben dem Brautkleid auch das passende Accessoire. Und bitte, liebe Bräute, stoppt nicht am Accessoire. Es gehört immer etwas in die Haare. Warum, fragt er mich. Weil auf den Fotos es wunderschön zur Geltung kommt, wenn oben im Haar noch irgendetwas glänzt oder glitzert. Ebenso sollte immer ein Schleier im Haar stecken. Einmal im Leben habt ihr die Chance, den Schleier zu tragen und nutzt ihn. Ich sehe auf jeder Trendshow von den Designern alle Models mit langem oder kurzen Schleier. Aber überwiegend ist Trendy der lange Schleier. Und was gehört auf den Kopf? Zum Beispiel als Prinzessin eine wunderschöne Krone, die ihr dann ins Haar reinsteckt, die der Friseur euch einarbeitet. Oder ihr nehmt ein kleines Seitengesteckt, wenn ihr euch die Haare hochsteckt. Es ist versilbert und mit Swarovski-Stein. Das könnt ihr dann wirklich sehr schön in die Haare reinstecken, in den Knoten. Ihr könnt den Schleier drunter anbringen. Es sind viele, viele Möglichkeiten gegeben mit diesen schönen Accessoires. Aber da auch demnächst mehr von. Dann zeige ich euch, wie ihr es am besten machen könnt. Übrigens mein Ursprungsberuf. Ich habe Friseurin gelernt. Und mein Spezialgebiet war Bräute verschönern. Ich freue mich drauf, euch wieder was zu zeigen aus meinem früheren Beruf. Ich freue mich drauf.